so hier machen wir mal ein bisschen die qualität ein bisschen runter medium medium alt enter fullscreen versteht man hier so play ich jetzt im spiel oh ja genau hier haben wir ja letztes Mal schon mal geteilt entrance is barricaded and the door stick out rex ja sag nicht mussten wir jetzt nach hinten laufen da hat jemand ne axt alter geil schon wieder ein spiel mit sehr guten animationen dazwischen entschuldige wahrscheinlich lache ich jetzt und gleich scheiße ich mir in die hose alter ist nicht wahr ist nicht wahr oh ja in so einem haus möchten wir alle sein press f to turn on the flashlight ja habe ich schon hallo also der sound ist auch nicht so besonders was ist das denn für ein haus so Scheiße, passiert gleich wieder irgendwas und wir scheißen uns satirisch. Ich meine, da war einer mit der Axt. Someone haste versucht, die Tür zu klammern. Ja, ne? Und this someone wird wahrscheinlich mich gleich so dermaßen erschrecken, dass ich mich, äh, ich weiß gerade nicht so, was das Ziel ist. Hoffentlich nicht vor Lachen. Bitte sterbe nicht vor Lachen oder so. Alter, die Taschenlampe ist ja auch der Burner, oder? Okay, die Hintertür ist offen. Oh, ich will nicht. Was haben wir hier? Ein Brief. Ich bin mal im Angsthasen-Modus, ja. Ja, weil du hast überhaupt keine Musik, keines Sounds. Warte mal. I'm so glad that we moved it as beautiful how its daughters are madly in love. Scar me their new friends, they dress up in wired costumes and always carry some kind of nonsense and let... like friendly in the end for all. Okay. Bei unserem Glück steht hier gleich irgendeiner und macht Faxen. Aber ich habe gar keinen... Oh. I was the third day of trying to find out what kind of project they have. I managed to find out that this has something to do with the energy pocket in this place. It appears that the experiment is about to begin. I have to be there when it's happened. Okay. Experimente sind nicht gut. Ich mag keine Experimente. Oh Gott. Warum spielen wir sowas? Da sind Steine, da ist eine Tür. Warum tun wir uns sowas an? Warum machen wir das? Spätestens jetzt müsste doch jeder wissen, dass wir da sind. Okay. Hier oben ist schon mal alles zu. Alter. Sind wir nicht von da gekommen? Ich glaube, von da sind wir gekommen, ja. Ja. Mussten wir hier unten weiter? Ich weiß das gar nicht. Ich weiß nicht, warum wir sowas spielen. Wir sind dumm. Wir wollen uns einfach nur... Hallo? So, den Brief haben wir. Den Brief haben wir. Musste ich jetzt raus? Oh, sag mir nicht, ich muss da draußen. Es scheint so. What? I would like to say how I engage those. Well, I guess you make secret passage through the generator. Then I left. The button is for the light at the bottom right of the stairs. If not a fool, you will find. Oh, God. Können wir hier Knöppe drücken? Nein. Alter, wer hat denn so eine Treppe? Ich drehe mich jetzt nicht um. Man hat da noch Angst. Alter. Was ist denn das hier? Hä? What? Das ging jetzt nur der rote. Also, jetzt muss ich wieder nach oben rennen? Was ist denn das für ein... Oh, das spielt sich aber auch nicht schön. Das spielt sich auch nicht schön. Was sollten wir jetzt finden? Habe ich jetzt irgendwas verpasst? Oh, guck mal. Wir hätten das Flashlight mitnehmen können. Oh, jetzt nicht mehr. Hallo. Okay. Spaß beiseite. Irgendwie... Abgesehen davon... Oh, haben wir das Licht im Haus angemacht? Haben wir. Also, falls wir uns unauffällig verhalten wollen, dann machen wir auf jeden Fall was falsch. Ist jetzt oben irgendwie eine Tür aufgegangen? Alter. Na, wer ist alles wach? Oh, nee. Ich glaube, heute ist nicht mein Tag für Horror. Ich glaube, heute ist ein 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 Tag für Horror.